Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Blumen bringen Farbe in den Alltag und setzen vielen Anlässe, ob fröhliche oder feierliche, ein besonderes Glanzlicht auf. Blumen braucht man zum Danken sagen, zum Gratulieren, zum Freundschaften erhalten und man kann sie sich selber oder auch anderen ganz ohne Anlass schenken. Weil aber nur frische Blumen die volle Schönheit entfalten und Freude machen, muss man bei diesen heiklen Produkten besonders schnell vorgehen. Nach dem Schneiden von den Rosen, Nelken, Gerbera und wie sie alle heissen, kommen die Blumen auf schnellstem Weg per Flugzeug oder Camillon ins Go-Blumenzentrum nach Prattelen. Im Kühlraum können sie sich dann bei optimaler Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit erholen. Dann werden die Blumen vom geschulten Personal geputzt und gebunden und zum Weiterversand in die vielen Go-Bläden bereit gemacht. Auch während dieser Transporte bleiben die Blumen dank der vorgekühlten Spezialkartons und der Kühlwagen frisch und kommen einwandfrei am Bestimmungsort an. Zuhause können sie dann selber dafür sorgen, dass die Blütenpracht auch möglichst lange hält und schön bleibt, indem sie sie sofort anschneiden und dem Wasser noch die Coop-Schnittblumen-Nahrung beifügt. Ausführliche Pflegeanleitung und noch viele weitere Informationen über die Schnittblumen enthalten das praktische Büchle. Bei Coop gibt es wieder aromatische, günstige Erdbeeren. Profitieren Sie doch davon und überraschen Sie Ihre Familien einmal mit selber gemachten Erdbeeren-Törtchen. Ich habe hier einen Teig gemacht aus Mehl, Anken, einem Ei, Zucker und ein bisschen Salz. Ich habe ihn ausgeweilt und eine kleine Tortenförmchen damit ausgelegt. Mit einer Gabel eingestochen und im vorgeheizten Ofen blind backen. Für die Vanillebackcreme Milch mit Maizena vermischen, ein Ei und Zucker dazugeben und unter ständigem Rühren kurz aufkochen. Dann die eingeweichte Gelatine in der Creme auflösen. Wenn die Creme nachgehalten ist, kommt ein geschlagener Rahm darunter. Und diese Creme wird dann in die Tortenböden gefüllt. Zum Schluss kommt diese Erdbeeren drauf. Sie können selbstverständlich auch fix fertige Tortenböden verwenden. Wenn Sie aber alles selber machen wollen, so schlagen Sie diese Woche doch einmal die Koop-Zeitung auf. Dort steht nämlich das genau Rezept drin. Erdbeeren-Törtchen, schöne Blumen, alles Sachen, die daran erinnern, dass es bald in der Muttertag ist. Und an das preisgünstige Koop-Sortiment erinnert jetzt die folgenden Aktionsangebote. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Koop Alle Arni-Schocki-Tafeln an 100 Gramm 30 Rappen günstiger. Zum Beispiel Arni-Olé oder Creme Fin statt 1,30 nur 1 Franken. 1 Liter Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta oder Sprite Light statt 1,25 nur 95 Rappen. Und Tarassen an 12 Flaschen statt 15 Franken nur 11,40. 100 Gramm Hinterschinken für nur 1,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Butterzopf, 400 Gramm, statt 2,80 nur 2,20. Bananen per Kilo nur 1,90. Auf Wiedersehen!